den ersten Weltkrieg gemacht, die Muslime, den zweiten Weltkrieg, die Muslime. Wer hat die Atombombe auf Hiroshima geschmissen, die Muslime. Wer hat 20 Millionen Aborigines in Australien umgebracht, die Muslime. Wer hat über 100 Millionen Indianer Nordamerika-Plattform Muslime. Über 50 Millionen Indianer in Südamerika-Plattform Muslime. Wer hat 180 Millionen Menschen aus Afrika als Sklaven gebracht, von denen 77 Prozent unterwegs gestorben sind und heute auf dem Friedhof des Atlantischen Ozeans liegen Muslime? Nein, keine Muslime.